Ich muss den schmerzlichen Weg gehen. Und dann mein eigenes Herz. Zurück zu Hades. Wir fangen dort wieder an, wo wir aufgehört haben. Das hat mir bisher sehr gut gefallen. Ich bin gespannt was noch kommt. Welche Götter noch vielleicht kommen. Ich glaube es gibt auch noch Endbosse. Wird auf jeden Fall sehr sehr interessant. Deswegen würde ich sagen, reden wir nicht lang um den heißen Brei herum. Wir gehen direkt ins Geschehen. Welche Fähigkeiten hatten wir letztes Mal. Schwarzer Umhang hatten wir ja von nix bekommen, als ich ihr Alkohol geschenkt habe. Wir haben Aphrodite kennengelernt. Und Poseidon hat uns ein paar Bonis gegeben. Genau. Weiter geht's. Na die sind hier schon ein bisschen stärker jetzt. Man bräuchte irgendwas um die zu verlangsamen oder so. Ich muss mir echt dieses Ausweichen angewöhnen. So, Zeus. Gib mir was Schönes. So, Zeus. Gib mir was Schönes. Donnen der... Donnen der Tusch. Achso, man kann also auch nur eine Fähigkeit gleichzeitig haben. Macht Sinn. Hätte ich ja selber drauf kommen können. Der Schaden bleibt gleich. Kettenblitzsalve. Oh, das ist geil. Ja, das machen wir. Das ist cool. So, ein bisschen Energie. Ne, ich glaub das ist... Ne, bestimmt keine Energie. Ah. Oh, fuck. Ah, wie ist das Set? Oh Gott. Das fängt ja echt gut an. Das fängt ja echt gut an. Ja, das schafft man nicht mehr. Wir könnten attackieren und weg. Äh. Cool, einer ist down. Das. Das ist was du kriegst. Das ist was du kriegst. Was haben wir jetzt freigeschalten? Hä? Ja, das könnte ruhiger wenigstens zeigen, was freigeschalten wurde. Anstatt jetzt hier da rumzusuchen, was freigeschalten wurde. Macht das Sinn, was ich gerade sage? Verstehe ich jetzt nicht. Hm. Hm. Ach, Zach Roy ist deswegen Zach. Der heißt also gar nicht... Warum denke ich, er ist Hades? Hades ist der Vater. Hm. Ares? Ach, das ist der Vater. Gäste. Der gefällt mir. Der sieht cool aus. Der ist rot. Gaben des Hades. Gaben des Hades Durch sein Werk sorgt er dafür, dass die Menschen niemals gottgleich wird Okay Der fügt also Schmerzen zu Verderbnis Statusfluch Nach einem kurzen Augenblick erleidet das Opfer einen explosionsartigen Schaden Oh, haha Okay Dein Angriff, deine Spezialität und dein Wurf fügen mehr Schaden hinzu Aber auch nur 13% Ist nicht viel Ein Klingensorg, ein schlitzender Metallstrudel, der glitschende Schaden in einem Bereich zu Oh, geil Das könnte interessant werden Jetzt steht das schon wieder Achso, das was dazugekommen ist, heißt das, okay Ah, nice Das ist interessant Oh, da gibt's ein bisschen Säft Wir geben mir Säft Ah, das ist interessant Was? Ah, das ist sinnvoll, schlitzender Das ist wichtig, dass ich dich auswärten Oh, das ist so Ja, das funktioniert Oh, das ist so Ah, das ist so Was ist nix denn? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Okay. Hunde bleiben, Hunde. Muss ich. Ich kam da nicht ins Menü. Ah, doch. Dann messen wir noch ein paar Gespräche mit. Wie hältst du dich, Junge? Echt gut? Alle drei Zutaten voll und glücklich? Aber das haben die mit Absicht gemacht, dass er so rot ist, damit er mir gefällt. So, how did it go? How did you die ignobly this time, pray tell? Serberus and I can't wait to hear the tale. In that case, I'll spare you the details. Ja. Fine. Your failure is quite easily imagined. How often it recurs. Almost as though my realm is built to keep you here. You and every single soul that's ever lived. But by all means. Oh, sorry. Ja. Ähm, da ist vieles in Rot, wollte ich sagen. Say, I was wondering, Achilles, any news of Orpheus of late? I've not seen him around here in some time. He's still paying his dues. Es könnte echt zu einem neuen Lieblingsspiel werden. Nur wegen der Farbe Rot. That I believe he is, Lan. Your father, he was not too pleased with him last time I saw him here. I tried my best to simmer down the situation, but you know how it goes. I hope your father cuts his sentence short. I hope so too. If you do see him, tell him I said hi. Hat er gerade ge- Nee. Verwechsele ich gerade irgendetwas? Äh. Ha, das ist doch mein Vater. Ja, ja, doch. Der hat doch selber Vater gesagt. Verwirrung. So, 51 Tropfen haben wir. Überlangsam dieses Stadt zu sterben, wenn deine Lebenskraft erschöpft ist. Ja, das ist schon mal gut. Leben. Oder Reflexe. Oder Reflexe. Ach, wir machen Reflexe. Oh, und Schlüssel brauchen wir doch. Ich habe das Gefühl, ich denke. Ja. Gut. Weiter geht's. Oh, und dann wollte ich das nochmal kurz. Ja. Wie gesagt, den Bogen will ich nicht. Sorry Leute, den Bogen möchte ich nicht. Nein. Ich bin eigentlich immer ein Bogenfreund. In jedem Spiel nehme ich den Bogen. Aber irgendwann mal vielleicht. Aber das Schwert gefällt mir. Uh, das ist doch... Das ist Mark. Almost like a Batwing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Wer kommt? Hermes. Hermes. Sehr cool. Gabe des Hermes. Schlechte Nachhine verbreitet sich in Windeseide, heißt es. Und der Götterbrote sorgt dafür. Wurfgestöber. Halte Wurf zum Feinden schneller Folge. Oder? Deine Attacken sind schneller. Ja. Definitiv. Sieht man zwar jetzt nicht wirklich, aber... Und ein Schlüssel. Sehr gut. Verdammt du. Ah, woher sind die Gegner? Ein Schlüssel zu einem Weapon. Ich muss ja gerade was gucken. Ne, ist gleich alles. Okay. Gibt's nur Geld? Ja, mein Spurt muss noch... Mein Dash braucht auch noch eine Attacke. Obwohl ich dann ja eher zum Ausweichen nutze. Ehrsteine tropfen. Aber bis jetzt habe ich von diesen Perma-Upgrades noch nichts gesehen. Deswegen nehmen wir jetzt mal Tropfen wieder. Das bringt mir jetzt erstmal noch gar nichts. Das bringt mir jetzt erstmal noch gar nichts. Okay. Äh, da gibt's Edelsteine. Gibt's sowieso Edelsteine, meine ich damit. Oh, schlecht. Oh, noch schlechter. Ja. 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 Verfluchter Schnitt, der in Angriff stellt Ja, aber du hast Minus 60 Energie Kein Gegnerstoß Probieren wir das mal Gucken wir mal Machen wir das da Stücke, Chef Herrmann Ah, das ist der Aber dafür habe ich zu wenig Geld Mehr Energie Maximale Energie Nehmen wir mal Interessant Okay, weiter Dieses kleine Symbol Macht mir etwas Angst Ich ahne etwas Das habe ich schon vorher schon gesehen Aber ich glaube Da sind wir nicht hingegangen Ja, das heißt Endboss Also Mittelboss Miniboss Versuchen wir uns So, uns auf einen Gegner zu konzentrieren Gut, einer ist down Willkommen Willkommen Das ist mein Freund Und so Ich werde dir Einen der größten Methoden der Destruktion die ich so weit hergelegt habe Episch Nice Machen wir auf jeden Fall Episch Die will, um zu kämpfen So, Tropfen Kurz was gucken Sieht man das da? Nein Okay Wir hatten immer Tropfen Geht doch nur Tropfen Fuck yeah Ah, Hinterrücks ist gar nicht mal so schlecht, wenn man hinter die Gegner kommt. Was ist das? Ah, wieder einkaufen. Ah ja, das war ja das. Okay. Ah, und das steht auch. Wie oft. Drei Kammern oder sechs Scharmützel. Scharmützel. Der gefährliche Art. In diesen Kammern der Unterwelt musst du ein Gegend töten, um weiterzukommen. Alles klar. Jeder Raum, den du in der Unterwelt betrittst, die Kammern bilden ein riesiges Netz. Okay. Machen wir nichts. Du mir jalt. Ah. Komm, die ich wiederum bin. Ach du Scheiße. 100. Ach wir sind so reich. Mal gucken. Ach wir nehmen wieder Tropfen. Ich habe bis jetzt immer noch keine Truhen gesehen. Was ist hier los? Überlebe 45 Sekunden. Okay. Sollte doch machbar sein. Was ist los? Ach Claire will wieder mit mir sprechen. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Es war knapp. Es gibt Tropfen. Aber auch nicht mehr. Ja, Konzentration ist ganz wichtig. Poseidon bräuchte ich mal bitte. Nur ein bisschen wenig. Geht leider nur das. Ach, das sind diese Quellen. Okay. Hey, da hat's ja doch endlich mal was gebracht, die Kammern auszubauen. Dass jetzt mal das kam. So. Artemis oder Geld? Ne, ich glaub das ist nicht Artemis, wie heißt er? Schauen wir da. Doch Artemis. Was gibt's denn mir Schönes? Das war die Mitte-Crit-Chance. Ja, Crit ist immer gut. Oh, warte, falsche Taste wieder. Okay. Wahrscheinlich kann man dann quasi dieses ganze Feld füllen mit Fähigkeiten. Nice. Okay. Der nächste Mini-Boss kommt. Well, this is awkward. Who's dead? Halt, Sagreus. Not one step further. Ja. Ja, das ist ein Reunion. Ja. Come on, Mink. Mink, haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have some place else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back, like a good little man, or I can send you home the painful way. What will it be? Die steht auf mich. Oh, fuck, ist die gut. Ah, da muss man auf die flinke Attacke auffassen. Ah, nicht so lange. Ich bin ziemlich schlecht. Das euch bestimmt auch schon aufgefallen. Ah, cheers für das, Mink. Beziegt worden von einer Frau. Shades of the dead mill constantly within the house, complaining of their woes, and seeking audience from any who would listen. Oh, der Raum ist auf. Geh mal erstmal rein. Ein Salon. Und was kann das? What? Methusa. Methusa. Oh, wow. Oh, wow. I, I just wanted to say, the lounge looks wonderful, as good as new. Better. I hope it's not been too much trouble patching up. I, 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 I have to clean the rafters. I, 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 I have to clean the rafters. Wer ist das? Handeln. Greetings, Broker. Die elende Trötele hat bei jedem Fluchtversuch irgendwas Besonderes. Irgendwas Besonderes. Ein befristetes Angebot. Nektar brauche ich. Okay. Good. Hi, Nix. The Olympians can't really see me, can they, Nix? I mean, not very well. I get that they can sense details here and there, but they don't know the full extent of what's going on. Are we really so far beyond their influence? Okay. Oh, it's careful. It's not in darkness, but this place is falling apart. Nobody works an honest day down here. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretched dead yet honor me as Lord. I cannot say the same for you. Typisch Vater-Sohn-Verhältnis. Wow, so Megara herself got you last time. That must have been intense. She's fast and strong and beautiful. And anyway, I hope the fates are nicer to your next time. Yeah, I hope so too. Achilles, is it really true that Cerberus threw the lounge right after I left? You must have gotten in a lot of trouble. I only wish you could have seen it, lad. The place looked like a vineyard after a typhoon. Your Lord Father was livid. But he never got so angry with the dog. Poor Dusa, though. She's taking the place out. Okay. Oh, no. I wonder what became a Dusa. She's always worried, Father's going to fire her, even without something like this. Hm. Gut, gut. Oh, da leuchtet was. Der gibt's doch nicht. Du bist auch in Delphi aufgewachsen. Ach, der haben sichtbar gefunden. Was ist? Was ist ausruhen? Okay. 31 haben wir. Ja, ich glaube, es wird mal Zeit. 500 Tropfen für ein zweites Leben. Boah. Okay. Welcher? Ah, noch sieben. Sieben Scharmützel. Okay. Was kannst du mir hier? Gibt's hier was Neues? Kannst du mir was sagen? Ich will nicht zurück. Nicht jetzt oder immer. Ah, das ist gut. Ehrgeiziger Typ gefällt mir. Gut. Next round. Again. Again. Ja, Poseidon. Gib mir schon mal den Wurfstern. Ich will dir was erzählen, little Hades. Meine Relativen und ich, wir haben uns zurückgehalten, ein unserer größten Giften, um zu sehen, ob du wert bist. Und du bist. Meine Hilfe ist dein. Also kenne mich, wenn du etwas brauchst. Es ist besonders, um deine Feindungen zu Bits zu spüren. Okay. Oh, was ist das? Poseidons Hilfe. Dein Beistand bewirkt, dass du wie eine Woge auf Gegner prallst und dabei 1,2 Sekunden unddurchdringbar bist. Ah, mit hier, mit RT. Drücke RT, um die Hilfe eines Olympiers zu erhalten, falls du eine solche Gabe hast. Verbraucht ein Götterzähler. Götterzählerladung. Oder alle vier Ladungen bei einer gefüllten Leiste, wie einen mächtigen Effekt. Macht mich also unverwundbar. Sollen wir einmal drücken? Ja, wir drücken einmal. Aha. Und hier fühlt sich auf, wenn... Aber das macht Sinn. Deswegen ist es auch immer zufällig. Das ist gut, dass die das in der Story noch so einbringen. Ich bin sicher, dass niemand rauskommt. Wir sehen uns über das. Oh ja. Das sehen wir dann noch. Kampf mich! Ah, schlecht. Schlüssel, okay. Aber ich habe jetzt keine Götterleiste bekommen. Ach, und da gucken die zu von da oben, gell? Ja, ja, Unterhaltung. Ja, ja, wir sind immer das gleiche, überall. Ah, schlecht. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Das ist für ein Machtdich unbeugsam unbeugsant. Du erleidst 30% weniger Schaden. Deine Aktionen werden nicht durch erlittene Schaden unterbrochen. Halt an den Griff, um schnell zuzuschlagen. Ja, 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 ja. Hm. Ah, okay. Oh, Energie. Äh, brauchen wir Energie. Okay. Oh, knapp. Ich muss mir eine Combo ausdenken. Ich muss mich noch ein bisschen anziehen. Gut. Nein, immer Gegner Tropfen. 500 Tropfen, ey. Oh, Gegner. Fast übersehen. Keine Ahnung, wie ich die übersehen konnte. Ah. Sehr gut. Oh, hätten wir eh nicht einkaufen können. Wieder Energie. Ja, gebt mir lieber Energie. Schlüssel. Ja. Wie viele Schlüsse haben wir? Wir müssen doch jetzt mindestens fünf Schlüssel haben. Um neue Fähigkeiten freizuschalten. Back to dust. Bis gleich. Tschüss. Bis nach. Ich weiß, Digger. Also, die Kristalle mag ich gar nicht. Er ist Rang höher. Sehr schön. Ja. Sehr cool. Ich will mal gucken, was das ist. Das nächste wäre wieder ein Miniboss. Aha. Ah, Captain Chubb ist das also. Auf jeden Fall Tropfen. Ja, bitte? Na, kein Freund der Gesellschaft. Ares. Ich freue mich. Ja. Ja, das ist geil mit dem Glitzen. Und die gehen automatisch auf die Gegner. Das ist richtig cool. Vielleicht so könnte ich dann Max schaffen. Oh, but... Das war ein bisschen hektisch, aber hat funktioniert. Sehr cool. Alle selten. Alle selten. Dein Angriff? Okay. Okay. Nachdem du deinen Gegner getötet hast, fügt dein nächstes Angriff oder deine Spezialitäten mehr Schaden zu. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Wir machen das. München und die Beste. Wollt ihr ein siehst. Mach es nicht so mehr. Wollt ihr die Beste? Wollt ihr die Beste? Dann schnaht. Was soll das? Die Beste. Dägen. Ach es? Beste so gut. Da grad sind es. Wollt ihr mit den Weggebros 6-0-%&? Ich kann euch nicht mehr gut. Und wer für die Beste? Was ist das Kortail? Was willst du? Ein Portal. Was bringt mir das Portal nochmal? Hinabsteigen. Ja, da habe ich weniger Energie. Das ist ganz schlecht gerade. Oh, was ist das? Das ist neu. Das machen wir mal. Guten Tag. Hey, Prinzett. Es sieht so aus, dass ich mit dem alten Kortail, aber ich war nur auf meine Fälle zurück. Seine Führer-Sistern lassen mich oft nicht. Woher gehen sie? Und, ähm, was machst du hier? Ich will hier. Ich will hier raus. Oh, du weißt, nur auf einer kleinen Strollers. Gib mir ein Führer. Du siehst die Führer-Sistern. Lass sie wissen, dass ich nach dem Weg gekommen bin. Oh, ich lasse sie wissen, okay. Ich höre Sie laut und klar, Herr Heinz. Heimlich verschiedene Leistungen an. Ah, Heilung. Sehr cool. Ist aber ein ganz netter. Geht weg. Leute, ich muss wieder pinkeln. Bin gleich wieder zurück. Das Problem. Dann geht's. Dann geht's. Und dann geht's. Dann geht's. Oh, ich weiß. Und dann geht's. Musik So, wieder am Start. Meine Diurese ist äußerst intakt. So, und los. Ja, ja, mach ich. Cool. Das muss ein von diesen infernalen Tränen sein. Stirb, 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 stirb. Geht doch. So, was machen wir? Poseidons Hilfe, keine Ahnung. Ich brauche ja erstmal hier Götterzähler. Ich weiß nicht mal, wie man diese Götterzähler, wie man den voll bekommt. Machen wir nicht. Ähm. Das kann man kaufen. Schau mir, Charon. Schatz der Gaia. Wir können alles nehmen. Wir können das nehmen. Wir können das nehmen. Die Chance, dass getürchtene Gegner gefallen lassen wird, trägt. Die Chance, dass getötete Gegner Objekte fallen lassen, beträgt 15%. Heilung? Hm. Mal gucken. Danke. Wir haben eh kein Geld. Deswegen Energie. Äh, yes. Das ist besser. Äh, viel, viel besser. Da geht's zu Mac. Oh, hello. Hello. Eber stubber, nicht wahr? Vielleicht ist mein Wipp, der könnte dich wiederum machen, was es ist, was du hier anrufst. Ja, komm schon, sei nicht so. Your Wipp's not been all that persuasive in the past. Maybe persistence will pay off for both of us. Come then. Oh, no. Oh, no. Deinem Lee. Objekte. Oh, nein. Oh, nein. Oh, shit. Ah, diese Dreckvollen! Geh weg! Ah, vollen! Wo bist du? Geh weg! Das war's. Was? Ich habe es geschafft, oder habe ich es... Ah! Habe ich es jetzt geschafft, oder habe ich es jetzt nicht geschafft? Ja, scheinbar. Ja. Nein. Viel besser. The Ancient Blood. Achilles weiß nicht, was damit zu tun. Titanenblut. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, wir haben es geschafft. Kann das was hier? Ja. Ja, gut. Da gehen wir nochmal kurz hoch. Und dann ist leider auch schon Ende der Folge. Nein. Ah, es sieht aus jetzt. Ja, hier geht es dann wohl. Gesperrt. Da ist noch was zum Lesen. Hallo, ich sehe es doch. Gesperrt. 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 Einkaufen können wir, aber ich habe eh kein Geld. Ah, verkaufen. Und was kriege ich dafür? Ah, Geld. Das verhalten wir. Oder gab es irgendwas Gutes? Jetzt geht es weiter. Gut. Aber wie es dann weitergeht, das zeige ich euch dann in der nächsten Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Bin nach wie vor gehypt. Ist echt ganz gut. Ist eigentlich ideal für ein Couch Gaming. Macht Fun. Anspruchsvoll. Alles was es braucht. Ich hoffe euch hat es auch gefallen. Dann würde ich... Odin, hör auf. Mach keinen Scheiß. Odin. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Schaut euch euch die weiteren VR Titel an. Die 3080 ist ja jetzt verfügbar. Ich denke ich mal, also an dem Tag an dem das Video dann hochgeladen wird, hoffe ich mal, dass die 3080 dann eingebaut ist. Und dann wird es, denke ich mal, eine aufregende Zeit. Ohne Limitierung hoffe ich. Bezüglich der FPS. Ja. In diesem Sinne. Schönen Abend euch noch. Euer EnderobFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.